Schön, so soll das sein. Das ist Liebe, diese Verliebtseinheit, das ist ja eine schöne Zeit, wenn das so alles anfängt. Die ersten Knutschereien, die ersten Berührungen, die ersten Fummeleien. Naja, lebt euch richtig aus, lernt euch kennen. Genießt das alles. Du wirst ja auch noch herausfinden, was sie gerne hat, was sie für Blumen mag. Ob sie irgendwelche bestimmten Vorlieben in der Liebe hat, das wirst du auch herausfinden. Das ist ja auch nicht uninteressant. Naja, bei mir und Gitti war das ja so. Ja, ich hab ja schon so ein paar Sachen, die ich mag. Aber bei Gitti, die hat ja nie so richtig darüber geredet. Da hatte ich immer das Gefühl, die hatte ja keine Vorlieben. Irgendwie, weiß ich nicht. Ich hab ja nicht. Ja, ich hab ja auch nicht. was.